Hallo liebe Zuschauer des Tages bei Pearl TV. Haben Sie alle schon von uns Boden gesaugt oder zum Beispiel Couch oder Auto? Aber was ist mit dem Glas, was ist mit dem Fenster, was ist mit dem Spiegel zum Beispiel? Wenn nicht, dann Sie... Es ist so ein Hilfsmittel, wirklich für alle Ebenen, Flächen, natürlich auch für Fenster. Viele warten drauf, wir zeigen Ihnen das mal kurz. Und Diana, ich habe hier jetzt mal eine richtig schön dreckige Tischplatte. Glasplatte und die halte ich mal und du darfst jetzt einfach mal reinigen. Und dann werden Sie sehen, wie einfach das ist. Einsprühen. Solche Flasche, glaube ich, haben wir alle. So, und das saugen wir jetzt einfach ab. Und Sie werden sehen. Jetzt machen wir, wenn wir schon dabei sind, machen wir beide Seiten. Spiegelflächen, ein Kinderspiel. Fliesen, auch ein Kinderspiel. Sie machen natürlich das Reinigungsmittel Ihres... Ich schreibe vor drei Minuten noch mal. Ja, wie zum Beispiel, Sie sehen unseren Preis bei Pearl.de, das ist fast... Wir zahlen 24,09 Euro. Es hat sich sowas mal gekauft und dann wollte es jeder haben, weil dann eben nicht danach noch ewig lang die Flimmer reinigen müssen, sondern das wird alles samt des Schmutzes aufgesaugt. Übrigens, der Schmutzwasserbehälter ist ganz einfach zu entnehmen. Das Platte war schon jahrelang nicht mehr so sauber wie heute. Es gibt eine Mühe mehr beim Fensterputzen, beim Spiegelputzen, Glas, Fliesen. Das alles geht sehr, sehr einfach mit unserem Akkufensersauger. Natürlich mit Spülflasche dabei. Das alles Sie bekommen von uns bei Pearl TV nur heute für 24,99 Euro. Ihre Bestellnummer ZX 70 29 50 569. Das ist wirklich genial. Es geht wirklich mit Akkubetrieb. Sie müssen nur schnell sein. Und natürlich sehen alle Gläser sehr, sehr schön aus bei Ihnen. Vielen Dank.